Wünschst du dir weniger Konflikte, mehr Kooperation und mehr Harmonie im Alltag mit Kindern? Die gehirnbasierte Kommunikation bietet dir genau dafür wertvolle Unterstützung. Gehirnbasierte Kommunikation vereint unter anderem Erkenntnisse aus der Gehirnforschung und der Entwicklungspsychologie. Dieses Konzept hilft dir, das Verständnis über das Gehirn von Kindern in deine alltägliche Kommunikation mit ihnen einzubauen. Die Art und Weise, wie wir mit Kindern sprechen, hat einen direkten Einfluss auf ihre Gehirnentwicklung. Wenn wir klare, positive und einfühlsame Worte wählen, fördern wir eine Umgebung, in der sich Kinder sicher und verstanden fühlen. Diese Art der Kommunikation hilft nicht nur dabei, Konflikte zu reduzieren, sondern stärkt auch Selbstbewusstsein und Resilienz von Kindern. Hier unsere Top-Tipps für eine gelungene gehirnbasierte Kommunikation mit Kindern. Verwende positive Sprache, nutze Ich-Botschaften, benutze klare und einfache Worte. Hilf Kindern, ihre Gefühle zu verstehen, indem du sie benennst. Das Wissen darüber, wie das Gehirn von Kindern funktioniert, hilft dir, besser auf Kinder einzugehen. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du noch besser mit Kindern kommunizieren kannst, schau dir unbedingt unseren Kurs zur gehirnbasierten Kommunikation mit Kindern an. Er ist vollgepackt mit praktischen Tipps und ganz viel Hintergrundwissen, um deine Kommunikation mit Kindern noch mehr zu verbessern und auszubauen.